herzlichen und herzlich willkommen zu part nummer drei von stronghold crusader von der mission 56 heiliger abgrund ja wir haben im letzten part ich lass mal weiterlaufen im letzten part die lady serien hier oben die gelbe besiegt uns besteht nur noch eine lady serien zuvor und war die hier sie wird wahrscheinlich zwischen anstrengender bei mir auch wieder von hier angreifen müssen also werde ich wahrscheinlich mit katapulten oder so und hier oben lang marschieren und hier rein immer mit meiner vermutung das werde ich wahrscheinlich auch machen aber wir brauchen wir sind immer noch nur das zweitgrößte hervor das heißt wir müssen mit der bevölkerung fange ich auch direkt mal an hier ihr könnt das nicht dort platzieren meiler dass mir hier bisschen größer machen aber wenn du das sagst dann ist es okay ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort häuser die trommel 1 a je nachdem wie viel gestein ich habe jetzt noch mal ein paar dinge machen ein paar töme mit ein paar mangen das wir nach und nach immer weiter vorwärts rücken können so ich habe ja gesagt dass ich das holz nicht mehr brauche ich will ja irgendeine holz nicht dort eine nachricht von leben warum verteidigt ihr euch nicht worauf wartet ihr ich mag diese schlacht verloren haben aber noch ist zeit dieses unrecht wieder gut zu machen und das ganze mal aktivieren so muss man mal darauf achten wie man die arbeit ich habe hier gerade auch nur zwei fall machen deswegen wird sich auch ganz gerne noch mal ein zwei oder mehrere fall machen wir hin haben wollen das ganze machen wir mal hier hin wir sind bereit hier werden kämpfer habe ich gesagt nein dann machen wir das ganze mal hier hin und die ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort ja es werden es werden waffen genötigt sei so ein bauer befindet sich auf dem da ich da ich sehr viele dinge habe werde ich sehr viel holz habe auch davon noch mal meine produktion auch noch mal hier da aufbinden das nicht dort platzieren mein ort jetzt sollte es theoretisch schön hinhauen dass wir auch noch in ihre bekommen und ja es werden waffen wenn zur stelle rekruten benötigt sei das heißt also ähm holz wieder geholt und geholt lassen deswegen tue ich gleich mal hier extrem viele holzfäller hin ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord die steine ja könnte ich auch erstmal genug sammeln die arbeit wurde eisen und natürlich brauch ich jetzt auch es werden waffen es werden waffen benötigt sei es werden rekruten benötigt sei und jetzt heißt es erstmal ein paar truppen holen bis ich keiner mehr kann holen kann und dann geht es rund mit haufen bogenschützen mit sehr viel ähm die anderen zeug mit gott wie kann ich helfen bewegt euch und der herr ist all gegen die sind aggressiv ballisten bereit feuer ballisten hier hin so jetzt kommt aber auch gar nichts mehr von ihr sie hat kein geld mehr dafür habe ich sehr viel geld gruppen mäßig nämlich auch gerade extrem viel wahrscheinlich es werden waffen benötigt sei 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 ich denke manchmal hier nochmal drei hin eine qfarm brauche ich noch eine qfarm ich denke eher weniger ähm ja da religion könnte ich ja nochmal erweitern ich hier hier religions kapellen hin ich es werden waffen benötigt sei es werden waffen benötigt sei oder habe ich kein holz doch holz hatte ich theoretisch hier braucht kein gebet mehr zu sprechen das habe ich bereits für euch getan gold fließt in die schatzkammer sein jetzt nochmal runterschrauben ein erträglich aus nach bevölkerung könnte ich nochmal zwei kapellen hier draußen machen es werden ja es werden waffen benötigt sei es werden waffen benötigt sei es werden waffen benötigt sei wenn ich sie natürlich sie treff große frage ist die angriffsarme hier ja die gehen relativ schnell drauf so viele ballisten und ja ja da ist es wirklich egal ob die hier in truppen kommen und so bulk wie die gerade hier machen die werden einer nach den anderen rauf gehen egal wie weit sie kommen feuer ballisten arbeiten auch schon extrem gut dabei ich verteidige mich das besser als du denkst aber jetzt es werden waffen benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sein ah bin zur stelle ja 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 Es werden Waffen benötigt, Sauer. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sauer. Manchmal ist es nur ein Rücken, die Waffe. Ein paar Bogenschützen und ein paar Armbotsschützen müssten doch leider gehen. Und ich würde ganz ehrlich noch mal ein paar davon machen wollen, weil so viele Bogenschützen braucht es ja nicht. Es werden Waffen benötigt, 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 es werden Waffen benötigt. Aber man sieht mal, was man braucht und was man nicht wirklich so braucht. Auf jeden Fall sehr interessant. So, ja, stimmt. Euer Kanal, es werden Waffen benötigt, Sauer. Ja, endlich. Wir machen uns auf. Ich wollte ja noch mal ein paar Katapulte noch holen, zusätzlich. Ich will erstmal, ähm, füllen, die Mauern, klären mit meinen Bogenschützen, mit meinen Armbotsschützen und dann mit Katapulten so schön penetrant nerven, alles zerstören. Es werden Rekruten benötigt, Sauer. Und da bin ich mal sehr gespannt, was sie macht dagegen. Was gibt's? Nichts. Auf dem Weg. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, hör. Ja. Ziel ist notiert. Oh, Mann, das ist voll, mein Lord. Die ganze wieder. Gott, Holz habe ich so viel. Stein habe ich so viel, Holz habe ich so viel. Ich könnte aber mal gucken, wie viele Katapulte ich hier jetzt schon habe. Und ich freue mich schon mal drauf, die brauchst du schließen dann. Was wünscht ihr? 50. 50 Katapulte sind. Und der Werkzeug ist allbereit. Pause tut gut. Sind dämlich. Eure Beliebtheit sinkt. Sind dort dämlich. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Warum mache ich das? Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es wird, es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Warum habe ich das gerade gemacht? Euer Gnaden. Was wünscht ihr? Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ich wollte doch bauen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir benötigen mehr Gold. Und jetzt fehlt eben das Gold. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Katerpult bereit, mein Lord. Wir werden erstmal wieder auf Gold sparen. Und ja. Also an Holz mangelt es mir gerade so gut wie überhaupt nicht. Wir kriegen hier das ganze Holz raus. Wir kriegen hier das ganze Holz raus. Was hier nachwächst. Nach und nach. Äh. Das habe ich schon wieder extra empfiehlt. Äh. Eisen. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Die Dinge bleiben mal. Es werden Waffen benötigt, Seier. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Was mir zuvor erstmal Sorgen gemacht hatte, war Holz. Aber jetzt, nachdem ich die erste Lady Seren besiegt habe und mir meine Einheiten produzieren kamen, ist es ohne Ende, mein Lord. Es werden Waffen benötigt, Seier. Ja, ich weiß, dass das Vorratslager voll ist. Deswegen werde ich auch mal meine Holz- oder Marke zum Lager setzen. Gebt uns eine Aufgabe. Ja, Herr. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Ei. Bin zur Stelle. Ei. Okay, Brot habe ich extrem viel. Spende. Das ist war, Römer. Wenden noch mal was machen. Guten Morgen, eure Lord. Eine Nachricht zu Lady Seren. Ihr braucht kein Gebet mehr zu sprechen. Das habe ich bereits für euch getan. Ja, okay. Schön. Rot. Gut, machen wir mal. Wir werden sich überfallen. Das Volk huldigt euch, Seier. Wir werden ja immer noch dann genug Sachen machen. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Eine Nachricht von Lady Seren. Warum verteidigt ihr euch nicht? Worauf wartet ihr? Ach, weil du jetzt hier Dings kaputt gemacht hast. Oh mein Gott. Nein. Wie können wir helfen? Ich bin aber sehr traurig. Konstruieren, Belagerungsgeräte. Konstruieren, Belagerungsgeräte. Hier habe ich 20. 26. Das kommt, nahrung, 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 nahrung. Ich brauche erstmal wieder Gold. Jetzt hat sie mehr Gold als ich. Dafür hat sie aber weniger Einheiten. Und die Einheiten gehen relativ schnell zugrunde. 350, sagen wir mal. Auf 250. Das sind wahrscheinlich nur 100. Da hat sie 250 noch hier irgendwo in der Base herumstehen. Das sind es noch mehr. Wir werden überfallen. Oh nein. Wir haben schon wieder. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, endlich. Wie soll das gehen? Uh. Nichts gesagt. Es ist gar nicht mal 200, sondern, eine Ahnung, wie viel. Streitkolben hoch, mein Lord. Ja, Herr. Ja. Bewegung. Na los. Moment. Das machen wir mal anders. Auf ins Getübel. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Dann. Weg. Reassiert. Eine Nachricht zum Leben. Ich mag diese Schlacht verloren haben. Aber noch ist Zeit, dieses Unrecht wieder gut zu machen. Warum auch nicht? Was wünscht euer Gnaden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Was wünscht ihr? Okay. Ich sag mal 150. Mal haben sie hier. Herumstehen. Herumliegen. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Es werden Waffen benötigt. Schön, dass die Waffenkammer voll ist. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Die Arbeit wurde eingestellt. Ich kann doch auch Schwertkämpfer machen. Und. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Wir benötigen Gold. Hörst du, finde ich, hier oder so? Katapult bereit. Mein Lord, hab ich noch genug ein Flüsch. Wer weiß. Ich hab keine Ahnung. Der Kornspeicher ist voll. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Jetzt fehlen mir tatsächlich Rüstungen. Jetzt fehlen mir Rüstungen wieder mal. Übisch. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Die Arbeit wurde eingestellt. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, mein Lord. Steine. Ich mach sehr viel Eisen. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Ei. Achtung. Den ganzen Weg? Was soll konstruiert werden? Konstruieren Beladerungsgeräte. Ja, jetzt heißt es erstmal abwarten. Das Volk huldigt euch, Seyer. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Warum hat er hier... eine Farm hingebauen? Waffenkammer ist voll, mein Lord. Also, beziehungsweise keine Farbe, sondern, ähm, Dings hier. Ochsenjochen. Das irritiert mich gerade sowas von. Katapult bereit, mein Lord. Katapult bereit, mein Lord. Was wünscht ihr? Ziel ist notiert. Ja, jetzt heißt es erstmal ein bisschen abwarten. Obwohl, ein paar Schilder könnte ich noch... äh... Unser Werkzeug ist Beladerungsgeräte bemannt. Unser Werkzeug ist Beladerungsgeräte bemannt. Gebt uns eine Aufgabe. Wie können wir helfen? Euer Gnaden? Die Schildkammer ist voll, mein Lord. Was soll konstruiert werden? Schild wird neu positioniert, wünscht ihr? Konstruieren Beladerungsgeräte. Konstruieren Beladerungsgeräte. So, jetzt brauch ich noch mal ein paar Beladerungsgeräte. Und dann passt es. Holz habe ich immer noch sehr viel... Soll ich mehr Brot eigentlich. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Machen wir mal das ganz so. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Kann ich auch los? Mir das ist voll, mein Lord. Konstruieren Beladerungsgeräte. Konstruieren Beladerungsgeräte. Kann ich ja erstmal was trinken, bevor wir richtig angreifen können. Denn, ja. Das ist ja noch ein Witz. So gesehen. Das Holz wächst und wächst wieder mal. Konstruieren Beladerungsgeräte. So, das sollte theoretisch reichen. Mir guckt gleich mal. Ja, endlich. Ja, das passt. So, Katapulte, bitte mal. Schildert bereit, eure Lord. Sagen wir mal, ich schildere bitte auf zwei. Die Waffenkammer ist voll, wir können also nochmal... Achtung, bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir sind bereit. Achtung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir sind bereit. Ach. Das ist kein Gold. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung. Eure Lordschaft. Zu Diensten. Eine Nachricht von Lady Siren. Der Tag eurer Buße ist gekommen, Missetäter. Okay, von wo greifst du anscheinend schon hier? Katapulte, wo wir schützen wollen? Schultert die Waffen. Das ist wahre Macht. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. So, jetzt baue doch mal so richtig angreifen hier. Eine Nachricht von Lady Siren. Warum verteidigt ihr euch nicht? Worauf wartet ihr? Hält, hör. Ihr könnt das nicht. Ich weiß ja nicht, was sie hat. Katapult bereit, my Lord. Katapult wird bereit. Mein Drogen ist euer. Ja? Was wünscht ihr? So. Ich sag, wir greifen von hier an. Wir werden auch direkt hier dann einen kurzen Prozess machen mit denen. Aber erstmal, sollen ja meine... Droppen. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Eure Befehle? Bereits, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Katapult bereit, my Lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Oh, die gehen hier unten lang. Ach, was wünscht ihr? In Ordnung. Und los. Schild bereit. Bogen schützen bereit. So, ja. Na endlich. Schild bereit. Mein Bogen ist euer. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Befehle zur Stelle. Was gibt's? Eure Lordschaft. Schild bereit, my Lord. So. Bin zur Stelle. Achtung. Ja, ja. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Die sind so gut wie tot. Die dürfen alles kaputt machen, was sie hier sehen, zu Gesicht getroffen. Ja, da sind zum Beispiel... Wir haben keine Schwalte. Die sind so gut wie tot. Ja, endlich. Ja, außen bereit. Ja, das gibt's. Ja, hör, wir haben jetzt auf. Oh. Die dritten sich selbst an. Mein Volk anzugreifen war der schwerste Fehler, den ihr je gemacht habt. Magna. Was gibt's? Wir sind aus. Das ist so kaputt, 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 kaputt. Kaum der tapfere Kampf, den ich von so einem edlen Ritter erwartet hätte. Bewegt euch, Hunde. Bewegung, na los. Oh. Schild bereit, eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Schilderfutter. Eine Nahrung zu leiden. Wir sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Wir haben keine Scham. Wir sind so gut wie tot. Ne? Mach das mal kaputt. Hühnerfutter. Macht dir mal die Kirche kaputt. Danke. Wir haben keine Chance. Die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Das und das. Oh. Jetzt hast du wohl keine Außenwirtschaft mehr. Wir haben keine Chance. Schild bereit. Eure Lordbogen ist ein Schilder. Eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Oh. A strikt me life. Der Kuhspalter ist voll, mein Lord. Mein Herr. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Eure Befehle sind auf dem Weg. Eure Lordschaft. Im Laufschritt. Bin zur Stelle. In Bewegung. Zur Stelle. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Die Waffenkammer ist voll. Das interessiert mich nicht. Ich habe genug Gold. Hat er genug Gold? Was siehst du mal drin? Schild bereit, eure Lordschaft. Achtung. Schild bereit, eure Lordschaft. Katapult bereit, mein Lord. Katapulte. Und los. Mein Herr, was wünscht ihr? Oh. Ja, immer noch hier. Bewegung. Los. Katapult bereit, mein Lord. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Nicht bewegen. So gut wie erledigt. Bravo. Bravo. So gut wie erledigt. Alles nur noch ein Kleinmacher. Und? Kommst du nachher? Ich komme gut hinterher. Oder ich kam gut hinterher. So gut wie erledigt. Die Waffenkammer ist voll. So gut wie erledigt. Kannst du dich aufbauen? Und? Wie gefällt es dir? So gut wie erledigt. Das was du kannst, kann ich auch. Aber nur brutal. So gut wie erledigt. Er vorreicht. Ach guck mal hier. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Jetzt mal hier aufräumen. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Bewegen muss man hierher. So gut wie erledigt. Er vorreicht. Waffen geschultert. Die sind so gut wie tot. Mein Herr. Schiff, bereit, bereit. So gut wie erledigt. Sie lachen zum Menschen. Ihr seht ihr diesen Tag bereuen. Mein Volk anzugreifen war der schwerste Fehler, die ihr dich nie gemacht habt. Ja, ja, hat mich angegriffen. Also von daher Pech gehabt, würde ich so behaupten. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Und? Kannst du dich wieder aufbauen? Weil ich glaube eher weniger. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Wir haben kein Gestein mehr. Und das kann man ja ganz schnell einstellen lassen. Das Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my Lord. Katapult be- Schiff, bereit, was gibt's? Hühnerfutter. Hehehehe. Die haben keine Chance. Macht's mal bitte kaputt. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Katapult bereit, my Lord. Ja, hören. Die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Hehehehe. Wir haben keine Chance. Die sind so gut wie tot. So, du baust von Null auf, kann man mal so sagen. Hühnerfutter. Denn du baust überhaupt gar nicht mehr auf. Hättet die Lady Ziren wirklich bessere Verteidigung gehört, hätte sie mich wahrscheinlich überrannt. Und so. Aber das war ja gar nichts. Machen wir da auch die Grundmauern kaputt hier. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Ja, wir ziehen ab. Nein. Das wollte ich nicht. Naja, egal. So, die machen auf jeden Fall mal ein bisschen Remi Demi. Ja, hör. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir werden überfallen. Bin zur Stelle. Ja, hör. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir sind bereit. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Was wünscht ihr? Von der Pike auf gelernt. Vorwärts. Wie geht ihr? Wer spießt am meisten auf? Na? Na, egal. Die werden jetzt den Finishing- und wir können also quasi langsamer machen. Eure Leutschaft? Das ist wahr. Gebt mal alle hier hoch. Das ist schon rot. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Ich denke mal, das war's auch für ihn. Wir haben ihn wirklich, oder sieb, also gesagt, die Lady Siren 1, haben wir wirklich richtig, ja, auseinandergenommen. Sie hatte keine Chance mehr. Nachdem wir die Gelbe vernichtet hatten, ja, hatte die Orange Lady Siren keine einzige Chance mehr. Sie hatten natürlich auch einige Truppen kaputt gemacht von mir, das ist okay. Äh, ich hab ja einige Streitkolbenkämpfer, äh, weggewastet, gerade am Ende gegen die Pestschütter. Aber, naja, was soll's, würde ich so behaupten. Gute Dinge habe ich natürlich nicht gebaut. Sie hatten auch keine guten Dinge gebaut. Also sind wir quitt in dem Moment. Natürlich muss ich wieder übertreiben, dass ich hier einige Sachen kaputt gemacht habe. Ähm, Bevölkerung... Warte mal, das war höchste Bevölkerung? Achso, ja, weil ich die... Ja, stimmt. Stimmt, da war ja was. Ähm, Waffen produziert habe ich am zweitmeisten. 1700 rund. Also ich runde es immer mal auf oder runde eben ab. Ähm, die Lady Siren, die Gelbe. Also Lady Siren 2 hat 850 ungefähr gemacht. Also ein bisschen drüber als 250. Und die Lady Siren, wenn wir richtig aufrunden wollen, äh, knapp 3000 Waffen produziert. Und ja, man sieht schon auch, wie viele Leute ich eigentlich weggebombt habe. Am Ende haben sie ja wirklich nur noch dann die Schwertkämpfer ausgebildet. Und die Lanzenträger haben sie ja dann verkauft. Oder nicht die Lanzenträger, sondern die Lanzer haben sie ja verkauft von den Lanzenträgern. Also, ja. Ich denke mal, deswegen hat sie auch extrem viel Geld gemacht. Rot, ähm, Steine, Eisen, extrem viel geholt. Da ist die Bevölkerung von 98 gar nicht mal so schlecht. Hätten sie direkt auf 90 die Lady Siren eingestuft. Ist meine Meinung. Also, Bevölkerung auf 90. Dafür ein Steinbruch weniger. Sprich auch zwei Ochsenjochen weniger. Ähm. Ich weiß gerade nicht, ob es mit Pierre, äh, die KI gemacht worden ist. Wenn ja, ähm, entweder auf 90, dreimal Bier natürlich, äh, und nicht so viele Steinbrüche. Zwei reichen ja vollkommen. Oder eben dann drei. Je nachdem. Ähm. Dafür weniger Holzfäller. Äh. Was man natürlich hier machen hätte können, wäre, anstatt die Lanzen zu verkaufen, äh, die zu pekinieren, um zu wandeln. Also, anstatt jetzt dann nur noch Schwertkämpfe am Ende kommen, hätte ich noch pekinieren genommen. Dass die Lady Siren irgendwie was noch zum Aufgaben hat. Anstatt nur noch Bogenschützen zu haben, was sie zum Aufgaben bringt, noch, ähm, Palanzenträger noch dabei zu haben. Das wäre für mich besser gewesen. Also, hätte ich jetzt für die KI gemacht. Jetzt aber, okay. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht kommt noch eine geile KI. Vielleicht in der nächsten Mission. Bei der Mission 57. Leise auf der Flucht. Mal schauen. Es kommt eine neue KI. Und zwar der Handelsimperator. Obwohl, nein. Quatsch. Quatsch. Handelsimperator hatten wir ja schon direkt, ähm, in der ersten Mission. Oh Gott. Das wird eklig. Wenn ich die Mission jetzt anschaue, grob, die Map mir anschaue. Wir können ja direkt mal reingehen und mal pausieren. Pause. Denn, die Map, wie ihr sehen könnt, merke ein Gestein. Wir können also nur mit den 90, ne 50, 50 Steinen, die wir direkt am Anfang haben, ähm, gib ihn machen und mehr nicht. Das bedeutet, theoretisch mit den Steinen, ein Turm hierhin, direkt, solange wie es noch geht, hier ein Turm hin und gib ihn machen. Weil, das alles hier, ja, wir hatten in der letzten Mission so viele Steine hier eben nichts. Rein gar nichts. Wo hätten wir denn Gestein hier oben eventuell? Eventuell. Oder hier extrem viel? Ähm, hier hätte man extrem viel. Und hier? Hätte man auch Eisen? Äh, hier hätte man noch einen Steinbruch. Schwierig. Eventuell mit Feuerballisten, äh, und sehr vielen Bogenschützen und mit Dings erstmal meine Verteidigung aufbauen. Quasi hier hinten, äh, Armee hinstellen und dann, zack, gib ihn machen. Hier hinten eine Armee hinstellen und hier hin. Also muss ich am Anfang wirklich bei Zeiten sehr, sehr, sehr viele Armbrüste und Bogenschütz machen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Eisen habe ich ja genauso wenig. Also ich kann nicht keine Pekingäre machen. Nö, Eisen, doch hier eventuell. Einen, einen einzigen. Einen, zwei. Zwei, zwei könnte ich. Und die sind natürlich in die Richtung hier ausgelagert. Müsste ich ja hier, äh, was hinstellen. Abstellen. Ja, das wird schwierig. Das wäre wahrscheinlich auch ein Fake-Stein. Ich wäre mir relativ da unsicher. Also das wird wahrscheinlich wieder eine katastrophale Mission werden. Entweder wir rushen eine Lady Serien. Die von oben. Oder die von rechts hier. Bin ich mir noch relativ unsicher. Weil hier ist es ja ein bisschen erhöht. Also hier könnte man was drauf tun. Ähm. Hier ist gar nichts. Hier müsste ich dann sie abfangen. Ah, ich, äh, also ich mache mir mal Gedanken, wie ich diese Mission hier am besten mache. Also sehr, sehr, sehr viele Holzfälle auf jeden Fall. Dann heißt es, äh, ein bisschen Brot. Bier. Religion. Kein Gestein. Alter, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich sonst Gestein bekomme. Ich kann nur Gestein bekommen. Naja, hier oben kann ich ja auch kein Gestein bekommen. Aber Eisen. Ja, schwierig. Wenn ich hier hinten eine Steinbrüche mache, kann man von hier aus, äh, komm mal, das ist Müll. Von hier aus. Also müsste ich ja den Steinbruch irgendwie dann safen, indem ich sage, okay, ich stelle hier meine Truppen ab. Aber hier, ich müsste dann die Lady Siren sowas von unter Druck setzen, direkt am Anfang Feuer legen. Ähm, Katapulte kann ich ja vergessen. Kriegböcker kann ich vergessen. Ähm. Schwierig. Schwierig. Was ich aber machen könnte, wäre, ein Labyrinth zu machen. Aber auch Müll wäre. Absperren und nur von einer Seite, äh, ja. Naja. Die Lady Siren werden wahrscheinlich mit Katapulten kommen und der hier wird wahrscheinlich auch relativ oft mit Katapulten kommen. Also ich brauche schon Bogenschützen, ne, ohne Ende. Ähm. Ich kann jetzt sagen, meine Unterschlupf muss ich irgendwie hierhin posenieren, dass es nicht weggeschossen wird. Ähm. Ich glaube auch nicht, dass ich all das Land hier benutzen kann, ne. Also bisschen was, ja. Schwierig. Also ohne Mist, es ist so schwierig, bei der Mission irgendwie klar zu denken, wahrscheinlich dann. Puh, schwierig. Wie mache ich das am besten? Bisschen was, ich werde mir wahrscheinlich Gedanken machen. Mit euch dann einen Plan austüfteln, während ich in der nächsten Folge die Mission mache. Aber wie gesagt, ich habe ja einen Plan jetzigen gemacht, nebenbei. Ähm. Feuerballisten. Bogenschützen. Armbruststützen. Und noch eben sehr viele Schildträger machen. Und so zum Nahangriff eben Mönche. Richtig viele. Das ist alles. Da ist ja die andere Mission viel viel einfacher, also beziehungsweise die andere Map. Die unüberarbeitete Map. Hat man hier extrem viel Land. Kann ich jetzt schon sagen. Aber egal. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Ihr möchtet euch zurückziehen, Meiler. Ja, erstmal ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Stronghold Crusader. In der Mission 57 Schleißer auf der Flucht. Und bis dahin würde ich sagen, haut da rein. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.